hallo meine lieben heute möchte ich mal wieder ein paar pakete als päckchen von wie ich mit euch zusammen aufmachen fangen wir mal gleich mit dem ersten an was nehmen wir das da ist nicht viel machen wir es mal auf ich habe nicht ein scharfes genommen denn ich habe selten Talent mich vielleicht zu schneiden was haben wir denn da das sind ein paar Samen das könnten die nach so hier das könnten die hot chili pepper die großen für meinen mann sein da steht ja auch so was ne da liebt es scharf ja deswegen hat er auch eine scharfe frau schatz beiseite machen wir mal das päckchen auf was da drin ist wo ist denn der Anfang vom End tja wo ist es denn wo bist du denn wo ist denn der ach da das ist die creme wo Narben entfernen sollen naja werden wir es mal ausprobieren ist aber klein vielleicht klein aber fein ne packen wir es mal aus na wulst oder wulst nicht ha 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 mit beschreibung nala hopp wollen wir es ja gerne lesen steht es da noch auf dem kopf so könnt ihr es sehen ist nicht groß ne grad ne zahnfüllung naja warten wir es mal ab vielleicht reicht ja die zahnfüllung so und jetzt kommt das letzte paket dran so was kommt da raus usb anschluss mal zwei wir sind ja auch zu zweit für mikrofon und kopfhörer mal sehen ob die ja was taugen so das war es jetzt für heute mal wieder ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst mir einen daumen nach oben da die glocke abonnieren wenn ihr kein video verpasst und vielleicht ein kleines abo wäre nicht schlecht ich bedanke mich mal im voraus bis dahin bei bei wir sehen uns youtuber auf bei bei da bei bei und bei